Mein Name ist Imborn Stefan, ich bin Flughelfer bei der RC-RMAT. Das ist eine Verstärkung des Mittags. Es sind zwei Spieler von EHC Fieschkoltz. Der Luca hat Fernando und ich bin total kräftig unterstützt. So Jungs, die legen noch mal anders an. Die legen wir los. So Jungs, let's go. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Genau. Es ist ein Pleyver. Ja. Hey! Hey! Wir haben den Leisskamm, der ganz flach ist. Gastropolog sind zwei Puttene hier. Das Breithoro und das Kleinmator. Vielen Dank, dass wir einen Einblick haben durften in die Arbeit. Wir würden euch auch gerne einladen, um euch vorzuschauen, wie wir auf dem Eis arbeiten. Und mit anderen Bedingungen. Vielen Dank. Schön, dass du gekommen bist. Ich hoffe, wir heben euch oben. Ja, das hoffe ich auch. Wir drücken noch feste Taumen. Vielen Dank.